Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 20. Juni bis 22. Juni 2018. Am Mittwoch wird es sonnig bis wolkig, am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Es bilden sich über der Nordsee Gewitter, die in Richtung Osten abziehen. Im Erzgebirge sind örtlich Gewitter nicht auszuschließen. 23 bis 28 Grad werden erreicht, am Oberrhein bis 32 Grad. Am Donnerstag wird es ungemütlich, schon in der Nacht. Zum Donnerstag zieht ein Tief vom Atlantik nach Deutschland. Es kommt von der Nordsee und zieht Richtung Südosten. Die Windspitzen betragen bei Regen oder auch Starkregen 60 bis 90 Stundenkilometer. Am frühen Vormittag treten in den noch warmen bis heißen Luftmassen Gewitter auf. Die später in Regen übergehen. Hinter dem Tiefausläufer bleibt es kühl bis mild bei 14 bis 20 Grad. Davor ist es nochmals heiß. Bis zu 30 Grad werden erreicht. In den Gebirgen bis 24 Grad. Am Freitag bringen weitere Gewitter im Osten, von der Nordsee bis nach Sachsen, Niederschläge. Örtlich besteht Überflutungsgefahr. Im Rest des Landes sind kurze oder auch etwas längere Regenschauer nicht auszuschließen. Bei 14 bis 20 Grad bleibt es kühl. Die Aussichten für den zweiten Wochenteiler. Es bleibt weiterhin kühl. 12 bis 23 Grad werden erreicht am Wochenende. Örtlich gibt es dabei Schauer. Im Nordosten auch Gewitter. Sonst bleibt es aber wolkig bis sonnig. Die meisten Schauer treten im Osten auf. Und ab Montag werden die Temperaturen auch schon wieder wärmer. Das heißt, bald ist wieder Badewetter. Das war es vom Wetterupdate. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.